Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Scheibenwischer am Auto richtig wechseln kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall zeige ich euch den Austausch mal bei meinem 6er Golf, doch bei den meisten neueren Modellen und Herstellern funktioniert es relativ ähnlich. Und normalerweise sollten wir zuerst einmal unsere Scheibenwischer jetzt in die sogenannte Servicestellung bringen. Hierfür müssen wir unsere Zündung zuerst einmal kurz einschalten, danach wieder ausschalten und jetzt den Scheibenwischerhebel einfach mal nach unten betätigen. Und wir können sehen, dass sich die Scheibenwischer auch schon in unserer Servicestellung befinden. Als nächstes können wir auch schon einen beliebigen Wischerarm von der Scheibe einmal wegklappen. Und wir können bei der Befestigung auch schon so einen kleinen Knopf erkennen, am besten mit einem flachen Schraubendreher einfach mal reindrücken und gleichzeitig mit der anderen Hand das Ganze auch schon nach oben hin rausziehen. Jetzt sollten wir darauf achten, dass unser Wischerarm nicht irgendwie an die Scheibe zurückspringen kann. Das wird dem Auto auf jeden Fall nicht gut tun. Und als nächstes können wir dann auch schon unseren neuen Scheibenwischer einmal zur Hand nehmen, welcher natürlich auch für unser Automodell geeignet ist. Und es gibt übrigens immer zwei verschiedene Längen. Normalerweise ist der längere für die Fahrerseite geeignet. In meinem Fall muss ich hier vorne jetzt noch so eine Plastikabdeckung einmal einfach runter machen. Und wenn das geschehen ist, kann ich auch schon mit Gefühl einmal schauen, dass ich das Ganze von oben hier einfädeln kann. Drücke es noch etwas weiter nach unten und dann rastet es auch schon hörbar ein. Der erste längere Scheibenwischer ist auch schon gewechselt. Jetzt also vorsichtig wieder auf die Scheibe zurückgeben. Und dann können wir dasselbe Spiel natürlich mit unserem zweiten auch noch machen. Zuerst den Knopf reindrücken und wieder nach oben hin abziehen. Die Plastikkappe von unserem neuen Scheibenwischer runter machen und schauen, dass wir diesen dann von oben in unsere Halterung hineinbekommen. Das kann am Anfang immer etwas schwierig gehen, aber bei mir ist es auch schon richtig eingerastet. Nun auch diesen vorsichtig auf die saubere Scheibe zurückgeben. Und jetzt müssen wir noch aus unserer Servicestellung rauskommen. Hierfür Zündung einfach wieder anmachen, unseren Scheibenwischerhebel einmal nach unten betätigen und wir sollten auch schon aus unserer Servicestellung raus sein. Und somit haben wir unsere Scheibenwischer auch schon richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause übrigens neue Scheibenwische zulegen möchtest, egal für welches Automodell, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.